Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um eine Probefahrt. Was ihr dabei beachten solltet, das seht ihr heute. Ich bin mit dem Johannes unterwegs Richtung Wacken. Also relativ weit von mir aus. Eine ganz schön lange Fahrt jetzt auf uns genommen. Jetzt sind wir fast da. Noch eine knappe halbe Stunde, dann haben wir das Ziel erreicht. Und dann schauen wir mal ein, ja hoffentlich zukünftiges Auto von mir an. Ein 190E W201, was ihr dabei vielleicht beachten solltet. Wir machen mal eine Probefahrt und und und. Wird eigentlich ganz cool. Ich freue mich auf das Auto. Ich hoffe, die Substanz stimmt, weil der Preis relativ gering ist. Und wenn das alles stimmt, dann nehme ich das auch mit. Rote Nummern habe ich mit dabei. Und dann geht es damit heute wieder zurück. Also dementsprechend, let's go. Bis gleich. Ja und so haben wir uns jetzt auf die Probefahrt begeben. Leider ist hier der Toner ausgefallen. Deswegen spreche ich das Ganze jetzt nochmal einigermaßen nach. Ihr seht schon, das Lenkrad steht schief. Also das ist uns direkt aufgefallen, dass das Lenkrad wirklich nicht so ganz gerade ist. Dass wir die Spur gegebenenfalls nochmal einstellen müssen. Das muss gemacht werden. Da muss geschaut werden nach der Axt. Wir haben ein Schiebedach, was elektrisch ist, was auch funktioniert, was sehr sehr cool ist. Ein Viergangschalter. Ist nicht ganz so üblich, beziehungsweise hier hat man ja lieber den Automatik genommen. Aber bei diesen Modellen wurde eben oftmals an der Ausstattung wirklich gespart. Deswegen haben wir jetzt hier nicht allzu viel. Aber Schiebedach finde ich richtig cool. Man braucht dann auch keine Klimaanlage, ist nämlich nicht verbaut. Aber das ist im Sommer wirklich ganz hilfreich, glaube ich. Wir haben eine tolle beige Ausstattung. Ganz, ganz toller Stoff, tolle Qualität. Nur die Türpappen. Also da gibt es Probleme. Die kommen so ein bisschen hoch. Die sind nicht mehr ganz so schön. Wir haben aber 25.000 Kilometer, was wirklich wenig ist für das Baujahr. 1990er Baujahr. Das ist wirklich... Also da kann man nichts sagen. Wir haben hier ein Lämpchen an. Ab und zu. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Und zwar von dem Wasser, von dem Kühlwasser. Da ist es wirklich so, dass einfach ein bisschen zu wenig drin ist. Man sieht auch an den Schläuchen, gleich vielleicht sieht man es, wenn ich die Motorhaube nochmal aufmache, dass das alles ein bisschen... Ja, also man sieht so weiße Auskreidung, sag ich mal. Und daran erkennt man, dass da wirklich mal Kühlflüssigkeit ausgetreten ist. Die Dichtung, die Manschetten, sagt man glaube ich dazu, sind nicht mehr so ganz tauffrisch. Ihr seht auch hier ein bisschen Rost am Kotflügel. Was heißt ein bisschen? Also der muss auf jeden Fall komplett neu. Der ist durch an der Stelle. Und ja, hier sieht man es auch nochmal. Da ist wirklich schon ein Loch drin. Es muss man entsprechend raushandeln dann vom Preis. Was will man reinstecken oder will man ein perfektes Auto haben? Ich wollte ja wirklich noch einiges hier dran machen. Wie gesagt, bald gibt es auch das erste Video von der ersten Wäsche von dem Fahrzeug. Ist, denke ich, richtig cool. Sind wir jetzt gerade dran. Und ansonsten von der Silhouette gefällt mir persönlich der Wagen halt wirklich, wirklich gut. Wie gesagt, jetzt hier gerade an der Probefahrt alles mal durchschauen. Scheibenwischer funktioniert nicht. Da müssen wir nachschauen. Und jetzt hier wirklich mal überall unten reingucken. Wagenheberaufnahmen durchschauen. Dass da nichts durchgerostet ist. Das ist wirklich so das Wichtigste. Jetzt mache ich auch nochmal die Motorhaube auf, um zu schauen. Sieht der Motorraum soweit gut aus? Ist da irgendwo Öl ausgetreten? Gegebenenfalls sind da irgendwelche porösen Schläuche und, und, und. Einfach mal so grob drüber schauen. Krackelt da was? Wackelt da was? Kreischt irgendwas? Klappert was? Das ist halt wichtig. So die ganz üblichen Sachen, wenn man sich eben ein Auto kauft. Wie gesagt, Kühlflüssigkeit ist hier ein bisschen zu wenig drin. Und dann wirklich nach dem Öl mal schauen. Hier den Öl-Einfüllstutzen quasi mal aufschrauben. Schauen, ist das Öl schmierig? Ist das schleimig? Wenn ja, dann deutet das auf ein Kurzstreckenfahrzeug hin. Ist immer nicht so cool. Wirklich schön wäre es, wenn das klar ist und nichts weiß ist oder ähnliches. Wir sehen hier, die Zintkerzen wurden, glaube ich, mal beschriftet. Das heißt, die wurden mal gewechselt. Ist grundsätzlich ein guter Punkt, dass die mal neu gekommen sind. Sollte man sowieso regelmäßig nachschauen. Und wir sehen natürlich Verschmutzung, Extreme, die wir dann, falls wir das Auto kaufen sollten, in der nächsten Wäsche dann entsprechend beheben können. Und dann kann man natürlich wirklich schauen, grundlegende Sachen. Licht, funktioniert das alles? Reifen, wie alt sind die? Hier seht ihr Schimmel am Sitz. Das müssen wir auf jeden Fall beheben. Da ist Wasser eingetreten gegebenenfalls. Auf jeden Fall die Sitze müssen mal nass gesaugt werden, der komplette Innenraum. Und hier seht ihr die Türpappen. Die sehen nicht mehr ganz so schön aus. Da muss ich mal schauen, ob ich gegebenenfalls was Gebrauchtes finde, um das zu ersetzen oder gegebenenfalls die nochmal in Stand setze. Und letzten Endes habe ich tatsächlich das Fahrzeug gekauft. Hier seht ihr es nochmal, im gekauften Zustand hat sich nicht viel verändert. Das Fahrzeug wird jetzt in den nächsten Wochen von uns richtig geil aufbereitet. Ich freue mich richtig drauf. Das nächste Waschvideo kommt schon bald, also bleibt da unbedingt dran. Da freue ich mich richtig drauf. Und Ihnen muss auch einiges passieren. Also klickt unbedingt die Glocke und den Abo-Button, um da nichts mehr zu verpassen. Habe ich richtig Lust zu, passiert richtig viel. Wird denke ich ein cooles, cooles Projekt. Freue ich mich drauf. Dementsprechend würde ich sagen, haut rein, macht es gut. Und bis zum nächsten Video auf Auto Lifestyle. Ciao, ciao, euer Jakob. Bis zum nächsten Mal.